So Freunde, also ich habe jetzt ein Video zusammengeschnitten, wo ich das Set verzauberter Elfenwald auspacke. Ich werde natürlich auch noch ein Let's Play machen darüber, also seid nicht besorgt dafür. Also, das mache ich noch. Heute auf jeden Fall noch und wenn ich es schaffe, oder morgen, ich weiß nicht. Äh, aber schaut euch schon mal aus, wie ich das ausgepackt habe. Ich habe das zusammengeschnitten und wir sehen uns dann. Hoppala. So. Einmal stumm. Das war irgendwie klar. Äh, okay. Das tue ich ja mal zur Seite. Oder ein bisschen. Ich brauche eine Halterung. Aus die Nisse, wo ist die... Okay, da ist die Nisse. Okay. Ich brauche mal das mal erstmal hier raus. Das packen wir erstmal da rein. Das müssen wir erstmal gucken. Ja, so sieht es aus. Das ist hier das Körpert. Äh, die Nisse. Okay, was hat sie jetzt aufgezeichnet? So. Nun führen wir das weiter. Ich weiß jetzt nicht, was ich eben aufgenommen habe bei den Griffen. Muss ich aber noch bei der Arbeiten. So. Scharf. Einmal die Cam und der andere, was weiß ich. Das ist ja wohl problematisch. Äh, Moment. Dann wollen wir mal kurz... Hältet. Hältet. Vielen Dank. Was für eine Stacke. Jetzt auch. Okay, was hat sie jetzt denn? Auch noch ein Strich. Könnte ich die einfach hier irgendwie oben hier so halten. Das ist leichter. Warte mal. Dort mal. Das hier wird sich halt als erstes lockern hier. Nein, gut, jetzt ist es wirklich richtig fest. Hier ist der Kristall. Das kommt jetzt als nächstes raus. Wir schmeißen wir es mal hier auf den Kuchen. Ja, mal Blumen. Blumen. Gerade eben rausgekriegt. So. Wunderbar. Und jetzt. Mal. Hier haben wir das Patch-Stück. Okay, Freunde. Also, wie gesagt. Wenn ihr das Video euch gefallen hat. Daumen nach oben. Abo da lassen. Und vielleicht sehen wir uns wieder im nächsten Video. Oder im nächsten Stream. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.